Herzlich willkommen zu unserem Wortreich-Podcast. Ich bin der Jojo und ich bin Markus und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich interessieren. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge. So, wir melden uns wieder hier aus dem Garten bei JFC mit einer neuen Folge von Wortreich. Und wir haben uns gedacht, wir haben heute mal was ganz Neues vor, quasi eine kleine Premiere. Und zwar haben wir uns ansonsten mehr so im Gespräch den Fragen gewidmet und haben gar nicht so den Anspruch gehabt, das wird jetzt irgendwie eine Bibelarbeit oder eine Ausarbeitung. Nicht, dass wir das jetzt vorhaben, so extrem. Aber wir haben mal uns gedacht, wir sind ja immer noch in unserer Reihe um den Heiligen Geist. Mal uns ein Buch der Bibel anzugucken und das einfach genauer darauf zu untersuchen, wie sehen wir da drin den Heiligen Geist wirken. Ja, also gibt es da einen roten Faden? Welche Schwerpunkte hat der Heilige Geist in dem Wirken? Und das Buch der Bibel ist die Apostelgeschichte. Wer hätte es gedacht, da wo der Heilige Geist dann auch ausgegossen wird und die ersten Apostel, die Missionsreisen des Paulus so begleitet. Und vielleicht ist es jetzt für euch, weil wir einige Bibelstellen uns angucken wollen. Ja, ihr könnt es natürlich alles mitverfolgen. Wir versuchen auch manche Sachen dann vorzulesen oder wir nennen natürlich dann Kapitel. Wenn ihr unterwegs seid, könnt ihr es natürlich einfach so hören. Aber vielleicht wollt ihr diese Folge einfach auch noch mal anhören, wenn ihr einen Moment Zeit habt und euch hinsetzen wollt mit eurer eigenen Bibel, wollt das nachgucken. Also diese Folge würde sich tatsächlich mal dazu eignen, zu sagen, hey, wenn wir unterwegs sind, hört noch eine der anderen Folgen oder hört eine nächste. Aber vielleicht habt ihr Lust, euch mal tatsächlich hinzusetzen mit eurer Bibel und mitzugehen mit dem, was wir jetzt heute hier machen. Genau. Also Jojo, wir haben uns die Apostelgeschichte angeguckt. Einfach mal unter diesem Gedanken, wie sehen wir den Heiligen Geist in der Apostelgeschichte wirken. Was hast du so für Hauptergebnisse gefunden oder so ein paar Hauptgedanken, die du herausgearbeitet hast? Ja, genau. Also ich bin so mit der Thematik einfach nochmal voll in Berührung gekommen, dass es einfach so eine Gruppierung gab, die sehr charismatisch ist, die total viel rausgehen, evangelisieren, zum Glück das wahre Evangelium predigen und dann aber auch ganz viel Verheilung beten, was jetzt okay ist. Und dann aber auch manche sehr extreme Züge hat. Also wenn dann Leute in die Hauskreise von diesen Gruppen kommen, ja, dann halt so das Typische, jeder muss den Zungen reden können oder sowas. Und mit dieser Gruppierung bin ich sehr in Berührung gekommen, weil einfach viele Leute, die ich kenne, plötzlich irgendwie da gelandet sind oder irgendwie Fragen zu dieser Gruppierung haben, weil die halt eben relativ stark auch so in der Umgegend hier geworden ist. Ja, den Namen sage ich jetzt nicht. Ist letztendlich oft so, ja, bei extremen charismatischen Gruppierungen. Das gibt es dann immer mal wieder mit unter einem neuen Namen, neuen Gewand und so, neuen Anleitern. Aber diese Gruppierung hat, wie soll es auch anders sein, eben die Apostelgeschichte sich so herausgepickt. Ja, die haben so gesagt, die Apostelgeschichte, ja, da müssen wir wieder hin zurück. Das ist so das wichtige Buch. Und wie wir das schon mal in einer anderen Folge auch benannt hatten, ist die Apostelgeschichte halt leider ein Buch auch, ja, was halt einfach viel erzählend berichtet, aber wenig eine Lehre direkt weitergibt. Klar können wir viele Dinge davon ableiten und so weiter und anwenden, aber insofern ist es halt erstmal eine Erzählung. Und wenn da halt irgendeine Erzählung, die vielleicht einmalig war, genannt wird und wir lesen sie, ja, und dann können wir ganz schnell daraus sagen, ja, so muss das bei uns heute auch sein. Ja, und insofern eignet sich die Apostelgeschichte leider sehr gut immer für solche Gruppierungen, ja, das ist irgendwie immer so das Lieblingsbuch. Und die Briefe und so, die schaut man sich dann nicht so an, ja, weil, wo ich sagen würde, okay, die ordnen ja eigentlich lehrmäßig so vieles ein, wie wir das sehen müssen. Naja, so lange Story. Das war so der Grund, warum du dich mal mit der ganzen Apostelgeschichte zusammenhängend befasst hast. Genau, richtig. Ja. Deswegen bin ich mal rein und habe gesagt, okay, ich lese jetzt einfach mal die Apostelgeschichte von vorne bis hinten und schaue dann einfach, ja, was, wie kann ich so einfach manche Bibelstellen einordnen, ja, wenn plötzlich jeder in Zungen redet oder so, ja. Du hattest schon so als Merkmal, wo ist hier der Heilige Geist am Wirken? Genau, richtig. Danach hast du gesucht, ne? Genau, richtig. Wie kann ich die Dinge einordnen, was kann ich dafür heute für mich rausziehen? Ja. Auch so ein bisschen, ja, manchmal zu sticheln oder so gegen verschiedene Meinungen von Leuten, die halt dann aus extrem charismatischen Gruppierungen kommen. Genau. Und ich habe ja auch in einer der letzten Folgen mal eine Umfrage gemacht, ja, wie viele von euch würde es interessieren, eine Folge oder ein Paper dazu zu bekommen zur Apostelgeschichte? Mal schauen, ob ich es geschafft habe, ein Paper aufzusetzen. Falls ja, findet ihr das jetzt in der Beschreibung, könnt ihr einfach auf den Link klicken, dann seht ihr da mal eine kleine Ausarbeitung dazu. Genau, aber genau, könnt ihr euch downloaden und so. Aber ansonsten, ja, können wir uns jetzt einfach ein paar Dinge aus der Apostelgeschichte mal konkreter anschauen. Ja, die Apostelgeschichte, so ein Riesen-Event ist ja damit, womit es losgeht, Pfingsten. Das ist einfach das, wo der, wir haben in der letzten Woche ja auch über den, Heiligen Geist geredet, wer er ist, dass er der Stellvertreter Jesu ist, der Beistand, den Jesus versprochen hat, der dann kommt und der kommt an Pfingsten. Und dieses Pfingstwunder, wie es ja auch genannt wird, so als Startpunkt der Gemeinde feiern wir es ja immer, da tritt der Heilige Geist ja auch ganz stark auf und er hat auch Auswirkungen. Wie wirkt dort der Heilige Geist? Ja, also im ersten Moment gibt es natürlich ein großes Szenario. Die Apostel sind versammelt und noch viele andere Jünger. Und in dem Moment kommt der Heilige Geist in Form von Feuerzungen auf die Apostel. Und sie reden in fremden Sprachen, die sie vorher nicht kannten. Und sie gehen raus vor die Tür. Und weil gerade ein großes Fest ist in Jerusalem, sind da viele Leute aus dem ganzen Reich, römischen Reich, drüber hinaus. Und die verstehen plötzlich die Leute in ihrer eigenen Sprache. Ja, genau. Und wenn ihr es nachlesen wollt und ihr habt das gemacht, habt euch hingesetzt mit eurer Bibel, könnt ihr einfach mal in Apostelgeschichte 2 gehen und dann so, also zum Beispiel exemplarisch die Verse 9 bis 11 mal angucken. Da sieht man das eben. Und ein wichtiger Aspekt ist eben, dass tatsächlich dort von fremden Sprachen gesprochen wird, die die Menschen verstehen konnten. Es werden auch einige der Länder aufgezählt, wo die alle herkamen. Mesopotamien, Judäa, Kapadozien, Pontus und aus Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten aus der Gegend um Zyrenen, Libyen. Also afrikanische Sprachen, asiatische Sprachen, semitische Sprachen. All diese Sprachen konnten sie verstehen. Die Hauptpredigt hat ja Petrus gehalten. Die anderen haben möglicherweise übersetzt, haben auch gesprochen. Aber es waren echte Sprachen, die dort gesprochen wurden. Genau. Und das finde ich da auch schon mal eine spannende Sache. Wir hatten ja schon bei der Taufe von Jesus, da sieht man jetzt zum Beispiel auch den Heiligen Geist kommen. Aber da kommt er in Form einer Taube. Ja. Und hier kommt er in Form von Feuerzungen. Genau. Ja. Das heißt, kommt der Heilige Geist jetzt immer in Form von Feuerzungen? Kommt er immer in Form? Also es ist einfach wichtig, mal zu schauen. Schon mal eine Abwechslung da gemeint. Es sieht anders aus. Genau. Also warum kommt denn der Heilige Geist auf Jesus in Form einer Taube? Das will ja uns was sagen, diese Form. Nämlich, dass Jesus rein ist, dass er demütig ist. Die Taube kommt auf das Lamm in diesem Moment. Friedefürst. Genau, Friedefürst. Ja, absolut. Ja, das sind ja so die Dinge, die da mitschwingen bei der Taube. Und warum kommen jetzt Feuerzungen? Ja. Und also warum kommen jetzt Zungen? Und was hängt da auch viel mit der Sprachenrede zusammen? Warum denn Sprachenrede? Ja. Warum ist das denn bei so vielen ersten Christen geschehen? Und ich würde halt sagen, weil Gott auch hier wieder was deutlich machen möchte. Weil er zeigen möchte, hey Leute, dieses Evangelium von Jesu Tod und Auferstehung von dem Kreuz, ja, und dem leeren Grab, das gehört jetzt unter die Leute, ja. Behaltet das nicht für euch. Redet, ja. Redet darüber. Redet mit den Leuten. Ich kann sagen, Zungen ist ja im Prinzip das Organ, mit dem wir reden. Genau. Also das formt die Sprache. Und jetzt geht es tatsächlich darum, dass eine Botschaft, ja. Absolut. Rauskommt, ja. Und zwar nicht nur beschränkt auf Israel, ja. Nicht nur hier, ja, beschränkt das mal nur auf euch, sondern, nee, ja, tragt das hinaus ins gesamte Reich. Die dachten halt am Anfang noch, ja, okay, im gesamten Reich, aber es sind dann immer noch Juden, ja. Es ist dann halt ein Jude, der, keine Ahnung, ja, in Kleinasien, das übrigens, also Asia ist nicht unser... Türkei heute. Genau, ist Türkei. Ist übrigens auch noch über das römische Reich hinaus. Also wenn die aus Mesopotamien sind und Pater und sowas, das ist noch weiter in Osten hin. Ja, das Evangelium hat sich auch unheimlich weit gleich in den ersten Jahrhunderten in den Osten hin ausgebreitet. Davon wissen wir nichts, ja, weil das über das Mittelalter wieder verloren gegangen ist. Und irgendwann hörte man dann auch, wie weit ist das Evangelium nach Indien vorgestoßen, in den Iran, Zentralafrika. Genau. Das ist also unglaublich, ja. Genau. Und ich denke halt eben so, ja, diese Feuerzungen sollten halt sagen, ey, hinaus mit euch, ja. Legt los, behaltet es nicht nur für euch. Genau. Und ich denke, das ist erstmal ganz wichtig, dieses Bild der Feuerzungen. Ja. Also das ist der Heilige Geist an Pfingsten. Wann begegnen wir dann dem Heiligen Geist wieder? Und auf welche Art und Weise begegnen wir ihn dann wieder? Oh, das ist eine gute Frage. Also eins waren eben diese Zeichen und Wunder. Ja, das auf jeden Fall. Die dann folgten, ja. Also wenn wir jetzt einfach ein bisschen weiter vorangehen. Als Beispiel hier dieses bekannter Kapitel, Kapitel 2, Vers 42, wie die erste Gemeinde aussah. Genau. Und da sehen wir halt in 2, 43. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Ja. Also da sehen wir, da wird nicht direkt vom Heiligen Geist gesprochen, aber da sehen wir einfach, ja. Der hat die jetzt befähigt. Das sagt ja auch Jesus übrigens, ne. Damit fängt ja die Apostelgeschichte ja auch an. Nämlich Vers 8, 1 Vers 8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Und hier sehen wir jetzt diese Kraft. Genau. Wie der Heilige Geist in Kraft wirkt. Und man merkt auch ab dem Moment, die Wunder wirken weiter. Ja. Also auch Petrus ist plötzlich einer, der von sich selbstständig heilt. Das hatten die Jünger auch schon, als Jesus da war. In Teilen schon manchmal gemacht. Sie wurden ja auch mal von Jesus ausgesandt. Aber genauso häufig gab es Momente, da wollten sie heilen und es hat nicht geklappt. Genau. Und wir lesen dann zum Beispiel in Apostelgeschichte 3, wie Petrus war auf dem Weg mit Johannes im Tempel. Und ja, da werden dann Lahme gehend. Also dieses schöne Kinderlied, weiß nicht, wie du das kennst. Silber und Gold habe ich nicht. Das ist halt, doch was ich habe, gebe ich dir. Das ist Petrus, der das dann sagt, im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Also der Geist wirkt dann auch Wunder unter den Aposteln. Ja. Das ist übrigens eine Sache, so Thema Wunderheilung, wo ich mich dann immer frage, okay, ich glaube schon, dass man für Leute beten kann und die krank sind und da passiert was. Ich denke, das kann passieren. Ich denke, Gott ist immer noch der Souveräne, dass es nicht immer passieren muss. Gott ist nicht mein Butler. Aber was ich mich da manchmal frage, es gibt ja so manche Personen, die es so für sich in Anspruch nehmen. Ich bin Wunderheiler oder Gott will immer heilen und die gehen dann raus auf die Straße und beten dann für ungleich lange Beine und so Sachen. Und ich glaube, ich habe auch schon Freunde, bei denen ist das auch wirklich so passiert. Also ich denke schon, okay, das kann sein. Aber ich frage mich dann, wenn es wirklich um so krasse Sachen geht, wie jetzt lesen wir halt davon, dass Lahme plötzlich gehen. Da frage ich mich, okay, gehen die Leute, diese Wunderheiler eigentlich nur auf Leute zu, wo man halt nicht unbedingt das sieht, diese Krankheit äußerlich? Gehen die auch auf Leute zu, die mit einer Krücke rumlaufen? Das ist zum Beispiel von Benny Hin. Ja, das ist ja einer dieser ganz krass Charismatischen. Da hat man, also hat einer, inzwischen ein Theologe, hat erzählt, ja, er saß im Rollstuhl und er wollte halt geheilt werden, ist da hingegangen. Und da waren lauter Leute vor der Bühne im Rollstuhl. Und keiner von denen wurde auf die Bühne geholt. Ja, weil man halt bei den Ganzen es hätte sehen können. Ja, also es war immer viel Unsichtbares. Und da ist halt so ein bisschen so meine Anfrage, sage, okay, ist schön, ja, wenn Gott irgendwie durch dich viel heilt. Und dann geh doch ins Krankenhaus. Also dann geh doch in diese Gebiete hinein, wo viele Kranke sind und tu doch deinen Dienst dort. Ja, aber warum machst du das nicht? Und ich denke, das ist halt schon, also ich habe da meine Anfrage, ob da so manches Wunder wirklich passiert oder nicht. Ja, ist ja auch ganz interessant, wenn man dann sieht, welche Auswirkungen der Heilige Geist in erster Linie hat er auch auf die Jünger. Wenn wir zum Beispiel noch ein Kapitel weitergehen in Apostelgeschichte 4, lesen wir, bei mir ist das überschrieben mit das Gebet der Gemeinde, also die Gemeinde kam zusammen. Es geht so ab Vers 23 los, aber ich will dann ab Vers 31 hinaus. Die Gemeinde kam also zusammen und hat gebetet. Er hat, das habe ich auch zum Beispiel erinnert daran, was Gott damals durch David gesagt hat, was er im Volk Israel getan hat, auch das, was er jüngst eben durch Jesu Kreuzigung und so getan hat in dieser Stadt. Und diese, also die junge Gemeinde, die erste Gemeinde betet und ganz heftig ist wirklich, was passiert ab Vers 31, als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Und dann kommt es eben, sie alle wurden mit dem Heiligen Geist Gottes erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Also nochmal eine Art, man wird jetzt sagen, im Moment mal, Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten war ja schon, sie hatten ja schon den Heiligen Geistes. Ja, hatten sie auch schon. Aber sie haben einfach in dem Moment nochmal dieses, sie waren nochmal mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das hatten wir, glaube ich, auch in einer der vorherigen Folgen schon mal gesagt. Du kannst den Heiligen Geist bekommen haben und trotzdem spricht die Bibel davon extra nochmal, dass du auch in dem Moment einfach den Heiligen Geist nochmal besonders stark erleben kannst, erfüllt sein kannst. Aber was ist dann die Folge? Sie verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Also fand ich einfach super zu sehen, okay, das ist das, was der Heilige Geist als erstes macht mit der Gemeinde. Rauszugehen und mutig und frei das Evangelium zu verkünden. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Ja, ergibt so die Kraft, dass sie Zeugen sein können. Und das ist letztendlich ja dann auch diese Wunderwirkung. Ja, also zum Beispiel, wenn wir dann schauen in Kapitel 5, Vers 12. Ja, wir hatten es ja auch in Kapitel 2 schon gesehen. Das ist auch wieder so eine Trennung. Ja, 5, Vers 12. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Durch die Hände der Apostel. Nicht durch alle Gläubigen, sondern durch die Hände der Apostel. Und dann, sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Also die Christen waren alle einmütig beisammen, aber durch die Apostel geschahen Zeichen und Wunder. Und das, glaube ich, ist so ein Hinweis darauf, warum. Ja, weil wir können uns ja jetzt auf die Bibel beziehen. Ja, wir können sagen, hey, ja, alles, was hier drin steht in Gottes Wort, in der Bibel, diesem abgeschlossenen Kanon, das ist wirklich das, ja, was Autorität hat. Warum hat das Autorität die Bibel? Weil das, also vor allem das Neue Testament, weil das von Augenzeugen, also von den Aposteln herkommt, die Autorität. Ja, und wenn man Lukas oder Markus, die nicht selbst Apostel waren, was geschrieben haben, dann leitet sich diese Autorität von einem Apostel ab. Ja, weil die waren halt mit Paulus und Petrus unterwegs. Ja, also die Autorität leitet sich immer, auch unsere Bibel, immer von den Aposteln ab. Und hier zeigt sich die Autorität und Gott bestätigt diese Autorität der Apostel, denke ich, durch Wunder. Ja, er zeigt sozusagen, hey, das, was diese Männer sagen, das ist wahr. Ja, das stimmt. Und aus diesem Grund, ja, seht ihr jetzt hier diese Wunder? Ich stelle mich zu denen. Und die Menschen konnten sagen, ja, okay, krass, das ist Wahrheit. Und das muss man auch sagen, die Autorität der Apostel leitet sich wiederum ganz krass vom Herrn ab. Absolut. Vom Jesus. Denn sie waren diejenigen, die mit ihm diese Zeit zusammen gewesen sind und haben sich auch an das erinnert, was Jesus in diesen drei Jahren gesagt hat. Manche Sachen hatten sie in dem Moment nicht verstanden, aber auch das hatten wir, glaube ich, in einem der vorherigen Podcast-Folgen schon angesprochen, dass der Geist kommen sollte, der ihnen hilft, sich an das zu erinnern, was Gott ihnen schon gesagt hat. Das heißt, wir können uns auch vorstellen, wie sie dann in diesen ersten Monaten und ersten Jahren nach Pfingsten in Vollmacht predigen konnten, was Jesus über all die drei Jahre gesagt hat, was sie vielleicht schon dachten vergessen zu haben, aber durch den Heiligen Geist war eben die gesamte Lehre Jesu einfach wieder ganz lebendig und konnte gepredigt werden und so dann auch aufgeschrieben werden. Ja. Genau. Ja, also das ist, das finde ich halt spannend, dass, ja, einfach dieses Autoritätsding, ja, dass das halt viel damit zusammenhängt, ja. Ja. Wunder sind eben nicht immer selbst weg, ja, sondern es geht darum, auf das Evangelium hinzuweisen. Ja. Das ist so das Wichtige. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel überspringe, aber wir haben zum Beispiel drei Kapitel später in Kapitel 8 so eine ganz interessante Begebenheit, wo man, ja, selbst auch vielleicht jetzt ein bisschen erfahrener Bibelleser sich fragt, was soll das denn jetzt, wie soll ich das denn einordnen? Und zwar begegnen wir dort dem Simon, dem Zauberer. Das war jetzt also kurz nachdem Stephanus gesteinigt wurde und auch eine Art Verfolgung, ja, einsetzte sehr bald da drauf. Das war ja das Schlüsselerlebnis für Paulus, der damals eben noch Saulus war. Ja. Und jetzt beginnt letztlich die Christenverfolgung. Ein ganz neues Kapitel. Diese ruhige Zeit hat gar nicht so lange angedauert, wo alles, ja, in Einheit und schön in Jerusalem war. Jetzt kommt das nächste Kapitel, aber der Heilige Geist ist gerade besonders dabei. Magst du ein bisschen was, nur den Kontext so kurz einordnen, was da so passiert und auch ein bisschen abgefahren ist? Ja, also ganz kurz noch ein bisschen weiter ausholend, ganz spannend. Wenn man sich anschaut, wie ist die Apostelgeschichte gegliedert, ja, wie ist die aufgeteilt, dann ist es eben genau das, ja, was schon in Kapitel 1 genannt wird. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Welt. Und hier kommen wir jetzt eben an so einen neuen Abschnitt, denn die Christen wurden gerade verfolgt, ja, weil durch die Steinigung von Stephanus diese Verfolgung losgegangen ist und jetzt gehen sie eben eine Stufe weiter. Ja, das ist nicht mehr nur Jerusalem und Judäa, sondern jetzt geht es hinein nach Samaria. Und hier Samaria, das war ja ein Mischvolk, ja, also es waren, ja. Das ehemalige Nordreich aus dem Alten Testament, wo jetzt eben die Samariter lebten, ja. Genau, also das war, ist das Gebiet, aber damals die, die Herrscher, ich glaube, es waren die Asyre, die haben eine Umsiedlungspolitik gemacht, ja, und dann sind dann Heiden da reingesiedelt worden und die haben sich dann teilweise mit den Juden vermählt und so weiter, ja. Das heißt, die haben schon auch einen Messias geglaubt, aber auch irgendwie einer komischen Art und Weise, ja, zum Beispiel die Frau am Brunnen ist da so eine Geschichte. Ja, genau. Also und die Juden haben sie abgelehnt, als nicht ihrem Volk zugehörig. Genau. Und jetzt finden wir hier diesen Simon, ähm, den Zauberer, der die große Kraft Gottes genannt wird, ja, der, der läuft da umher, äh, zaubert, äh, rum und, äh, alle sind in seinem Bann, ja. Vers 8, Vers 9, ja, große, ähm, ne, warte, Vers 10, klein und groß, ja, sie hingen ihm alle an, das ist die große Kraft Gottes. Ähm, das war tatsächlich, äh, auch eine der Irrlehren, mit denen die Christenheit übrigens zu kämpfen hatte, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, hieß die Simonitisch oder irgendwie so, ne, also, ähm, ich weiß nicht mehr genau, aber, ähm, worauf zurückzuführen ist, okay, wahrscheinlich ging es nicht so gut mit dem Simon am Ende weiter. Ja. Aber was wir jetzt sehen, der Philippus geht da hin, der predigt das Evangelium, Menschen kommen zum Glauben und irgendwie ist dieser Simon, der Zauberer, jetzt nicht mehr so gehypt, ja, irgendwie ist der nicht mehr so die, die große Kraft. Man stellt sich wirklich vor, da ist, also würde heute jemand auftreten, der wirklich krasse, okkulte Wunder macht, ja. Und alle Leute hängen dann seit Lippen und finden ihn cool, also wäre der Star im Internet und im Fernsehen. Ja, und dann, äh, kommen plötzlich Leute und, äh, zeigen ihm die wahre Kraft Gottes, ja, und, äh, und, äh, und irgendwie, er macht bei diesem Hype mit, ja, er lässt sich, äh, auch taufen, ja, Vers 13 sagt sogar, Simon aber glaubte auch, äh, und hielt sich, ähm, nachdem er getauft war, beständig an Philippus. Dann kommen aber die Apostel, ja, ist auch spannend, ne, die, die Apostel kommen dann extra dorthin, ja, weil eben nicht der Philippus da jetzt irgendwie was machen konnte, sondern es musste jetzt nochmal bestätigt werden durch Petrus und Johannes, die, die haben dann nochmal die, äh, ja, äh, für den Heiligen Geist gebetet, dass die ja auf die kommt, äh, und da will doch dieser Simon, der Zauberer, Geld haben, dass er auch diese Macht bekommt, die Hand aufzulegen. Wir legen jetzt gerade die Hände auf die Mikrofone, weil der Wind kommt, aber. Vielleicht hört ihr es auch gar nicht so stark, ähm, ja, also, interessant auch, dieses Hand auflegen ist ja auch nicht nur an der Stelle, wir haben jetzt vorher schon ein paar ausgelassen, häufiges Zeichen gewesen, ähm, Apostel haben Menschen die Hand aufgelegt und es ist entweder Heilung passiert oder der Heilige Geist, ähm, ist gekommen und in diesem Fall, nachdem der Simon das sieht, äh, sagt er, gebt auch mir diese Macht, dass jeder, dem ich die Hände auflege, auch den Heiligen Geist bekommt. Und da merkt man schon, okay, ähm, er denkt jetzt, der Heilige Geist ist letztlich die Superpower, die man für Geld kaufen kann. Ja. Er will diese Supermacht haben, um, ja, wahrscheinlich weiterhin seine Showeffekte irgendwie abzuziehen oder weiterhin was zu gelten, ne? Ja. Für mich ist jetzt, also, weil wir wollen das Ganze ja nicht einfach nur als Selbstzweck lesen, sondern auch tatsächlich überlegen, was können wir heutzutage daraus ziehen, äh, wie wir mit dem Heiligen Geist leben können, wie wir ihn sehen und, äh, das ist für mich so eine ganz klare Warnung, den Heiligen Geist wirklich nicht als Superpower verstehen zu wollen. Also, das, das ist wirklich, da ist die Bibel ganz klar, wenn du denkst, wow, ich will mich mit dem Heiligen Geist befassen, damit ich auch rausgehen kann, um Leute zu heilen und dann könnte ich auch das und das machen. Das ist dann immer leicht, da kann man schon sagen, ja, ich will ja anderen Leuten damit helfen, ich will, dass Leute gesund werden, ich will, dass Leute mit Jesus in Verbindung kommen, aber ich will eigentlich diese Superpower haben, ähm, du bist letztlich mehr an der Kraft und an der Auswirkung interessiert als am Heiligen Geist als Person oder an Jesus. Und das wird dann ganz schnell fleischlich, ne? Also, es ist dann ganz schnell so, ja, so die Herzensgründe, damit ich was gelte oder, ja, geht ja bis dahin, dass da mit Geld gemacht wird, ne? Ähm, ja, ich meine, vielleicht wollte der dann auch Geld haben, ja? Ja, der Simon, dass er das da weitergibt. Ja, und ich meine, es ist auch gut dann zu lesen, ähm, Petrus weist ihn zurecht und sagt, zur Hölle mit dir und deinem Geld. Das ist ziemlich hart. Über, äh, Petrus kennen wir ja, äh, nicht anders. Glaubst du wirklich, du kannst die Gabe Gottes kaufen? Ähm, nein, du hast kein Anteil daran und kein Recht darauf, denn du bist nicht aufrichtig vor Gott. Ähm, interessant, aber auch, Umkehr ist möglich, ändere deine Einstellung, wende dich von deiner Bosheit ab und bete zum Herrn. Vielleicht vergibt er dir deine bösen Absichten. Also, da wird auch so eine Wirkung des Heiligen Geistes angesprochen, nämlich, dass der Heilige Geist ja zur Buße uns führen kann. Genau. Das ist eben etwas, was er überhaupt nicht wollte vom Heiligen Geist. Was er wollte, waren eben die, die Superkräfte. Ähm, der Heilige Geist will aber eigentlich anders wirken. Ja. Und das ist, ähm, ist ja spannend, ne? Petrus sagt ihm, ne, dass vielleicht du noch Raum zur Buße hast. Also, ja, ähm, also er sagt schon ganz klar, ja, kehre um. Ja, dein Herz ist noch voller Dreck. Also, letztendlich, äh, es war kein rettender Glaube, ja, den er hier hat, sondern zur Hölle mit dir. Also, ähm, aber es gibt immer noch die Chance für den, ja, ähm, kehre um, ja. Vielleicht möchte Gott dir noch, ähm, dann vergeben. Ja, jetzt bin ich total abgedenkt, da ist zwei Eichhörnchen direkt hinter dir. Wow, hinter mir, okay. Na gut. Süß. Ich drehe mich jetzt nicht um, aber mein Blick jetzt so ein bisschen auf die, auf die Uhr. Ich, wenn ich jetzt sehe, boah, die Apostelgeschichte, äh, hat einige Kapitel, wir sind jetzt gerade bei Kapitel 8, ähm, fällt dir noch so einfach ein wesentlicher Kernpunkt auf, wie der Heilige Geist ansonsten durch die Apostelgeschichte, ähm, hindurch wirkt oder wie man einfach sein, ähm, ja, wie er einfach auch dargestellt wird, wie wir ihn sehen können? Hm. Vielleicht nicht nochmal irgendwie was, was Neues oder so, ähm, außer, gut, es gibt Prophetie, ja, das ist ja zum Beispiel ein Bereich, ja, Prophetie des Agabus sehen wir dann, äh, später in Kapitel 11, ähm, der eine Hungersnot voraussagt, ähm, also, das sehen wir dann schon auch im Neuen Testament, dass es Prophetie gibt, ähm, aber worauf ich nochmal ganz gerne eingehen würde, wäre nochmal so dieses, äh, ja, Sprachenrede vielleicht, ja, weil wir haben dann in der Apostelgeschichte ja wirklich überall, äh, kommen Leute zum Glauben und die reden dann Sprachen, ähm, und später wird das aber nicht mehr so explizit genannt und ich frage mich manchmal, ob sozusagen hier diese besonderen Ereignisse erwähnt werden, ja, also, dass manchmal, wenn ein Wunder, Wunder geschieht, dass, ob das vielleicht nicht, ja, wir denken ja manchmal so, das war Alltag, ja, jeden Tag ging das so, ähm, dass ständig Wunder geschehen sind, vielleicht war das so, ja, vielleicht war das zu manchen Zeiten so, ähm, aber manchmal frage ich mich auch, ob das nicht vielleicht einfach auch Besonderheiten waren, ja, wir lesen auch von so krassen Sachen wie, ja, der Schatten von Petrus, ja, äh, dass dann Leute, äh, da hineingestellt wurden, um, äh, von denen geheilt zu werden, ähm, und da aber jetzt einfach nochmal nochmal so ein Gedanke, ja, was ich ganz gerne mitgebe, ja, wenn Leute sagen, ja, wir müssen alle in Sprachen reden, ähm, können, weil wir das halt sehen durch die, durch die ganze Apostelgeschichte hindurch, ähm, erstens, am Ende wird das nicht mehr immer erwähnt, zweitens, die Lehrbriefe helfen uns zur Einordnung der Apostelgeschichte und dort wird ganz klar gesagt, es können nicht alle in Sprachen reden, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, und was ich dann auch ganz gerne frage, ist, ähm, wenn wir die Apostelgeschichte so als einen perfekten Maßstab nehmen, wie wir auch heute leben müssen, warum evangelisieren wir dann nicht so wie damals, und zwar, was hat Paulus gemacht, egal wo er hingekommen ist, immer zuerst in die Synagoge, er ist immer zuerst in die Stadt gegangen, wo eine Synagoge war und hat da gepredigt, er hat da, ähm, Jesus groß gemacht und erst, sobald die Juden ihn verworfen haben und gesagt haben, okay, weg mit dir, ja, dann ist er auch in diesem Ort zu den Nichtjuden gegangen. Auf dem Marktplatz oder wo auch. Ganz genau, aber das ist auch das, was wir dann im Römer und an vielen anderen Stellen lesen, ja, zuerst den Juden, dann aber auch den Griechen, ja, ähm, so, wenn wir sagen, wir müssen genau so werden, wie in der Apostelgeschichte, dann aber auch konsequent in allem, ne, also dann, wenn du evangelisierst, geh bitte immer zuerst in die Synagoge und danach, äh, zu, zu, zu Nicht, äh, zu Nichtjuden, ja, also dann muss man schon ganz konsequent sein oder man muss halt wirklich unterscheiden, okay, wo ordnen jetzt die Lehrbriefe das so für mich ein? Und das wäre noch für mich so ein wichtiger, wichtiger Punkt, genau, aber ich denke, äh, sonst, sonst ist wirklich noch viel, was man durchgehen könnte. Ja, vielleicht noch eine Sache, weil die auch ganz praktisch auch für uns heute noch ist, wir sehen, ähm, wie auch der Heilige Geist dann leitet, ähm, wie er den Paulus leitet, also, ähm, nicht nur die Auswirkung und die Kräfte des Heiligen Geistes, die wir an Wundern oder an Sprachenrede sehen, sondern auch wie der Heilige Geist wirklich den einzelnen Missionar leitet, äh, so ein Beispiel, nur ganz kurz, dann in Apostelgeschichte 16, da sind wir auf der zweiten Missionsreise und wir sehen, Paulus hatte eigentlich vor, ganz woanders hinzugehen und dann lesen wir zum Beispiel in Kapitel 16, ähm, Vers 7, als sie dann an die Grenze von Mysien kamen, versuchten sie, nach Petunien weiterzureisen, aber durch seinen Geist erlaubte ihnen Jesus das auch nicht. Äh, und vorher auch schon, sie zogen durch ein Vers 6, danach zogen sie durch das Phrygische Galatien weiter, denn der Heilige Geist hatte ihnen nicht erlaubt, die Botschaft in die Provinz Asien zu tragen. Und dann merkt man tatsächlich, durch einen Traum, äh, wird er dann Paulus auch rüber nach Europa gerufen, kommt nach Philippi als erstes und so weiter. Da sehen wir tatsächlich, der Heilige Geist, ähm, ich will nicht sagen, verlässt so ein bisschen dieses publikumswirksame Wirken, denn es tut er auch nach wie vor noch, aber der Heilige Geist wird eben auch eindeutig hier angesprochen als derjenige, der den einzelnen Gläubigen leitet. Also er leitet durch den Geist irgendwo im Inneren. Der Paulus ist in der Lage, das zu spüren, wie der Heilige Geist ihn leitet. Die Gemeinschaft derer, die unterwegs sind, erfahren das. Ähm, ist auch mal ein Traum dabei gewesen, aber der Heilige Geist leitet den Missionar dahin, wo er gehen soll. Ja. Und da dachte ich, das ist schon was, was wir auch heute ganz praktisch, ähm, in Anspruch nehmen können und Gott auch, wo wir ihn auch drum bitten können. Ja, sehr wichtig. Dass wir den Heiligen Geist um seine Leitung bitten, ja. Ähm, wenn ich auf der Missionsreise bin, natürlich, ganz praktisch, wie in der Apostelgeschichte, aber eben auch in meinem Leben. Und das finde ich so cool, dass hier in dieser Apostelgeschichte dann auch dieses Umschwenken ist. Ja, wir sind keine Apostel mehr heute, aber wir sind einzelne Menschen, die unterwegs sind, möglicherweise auch für Jesus, ob hauptamtlich oder einfach so in unserem Alltag. Wir können den Heiligen Geist bitten, uns zu leiten. Wo sollen wir denn hingehen? Zu welchen Leuten sollen wir denn sprechen? Ja. Ähm, das finde ich sehr, sehr praktisch, wie das hier beschrieben wird. Ja. Lass uns da doch noch ein bisschen drüber reden, auch wenn die Zeit, äh, das dann ein bisschen so unsere, äh, halbe Stunde, die wir sonst immer nennen, ein bisschen sprengt. Aber wenn die Leute jetzt eh grad Bibelarbeit machen, dann können die vielleicht auch länger dran sitzen. Ähm, weil, das stimmt, das ist total wichtig, ja, ähm, weil das ist letztendlich das, wie wir sehen, die Gemeinde wird gebaut. Ja, darum geht es. Ja, so der Heilige Geist leitet die einzelnen Personen, damit sein Reich gebaut wird. Und, äh, jetzt als du das so gesagt hast, fielen mir natürlich auch noch ein, ja, auch Petrus oder, oder Paulus, ne, die hatten auch dann manchmal so Erscheinungen, ja. Da sehen wir von Träumen, da sehen wir von, dass Petrus in der Gebetszeit war und auf einmal geschieht eine Verzückung, ähm, und, äh, dieses, äh, ja, Paulus will irgendwie, äh, in Süden, in Norden, aber dann sagt der Heilige Geist, ne, gehen wir nach Mazedonien, ja, oder, also er, wo wir lesen, er wehrt ihnen auch. Ähm, ja, und das ist letztendlich so, wie wir halt sehen, hey, Jesus baut durch den Heiligen Geist ja gerade sein Reich und er leitet seine Mitarbeiter ganz klar an. Und Petrus, der hatte gar keine, also, ich lese zumindest nicht so in der Apostelgeschichte, dass er jetzt so eine Sensationsgier hatte, ja, so, ich will jetzt unbedingt einen Traum haben von Gott, ja, und, und er betet darum und so weiter. Sondern es geschah einfach, ja, das war einfach da und dann musste er darauf reagieren und, äh, und spontan, ja, da, da drauf hören. Also so, ja, ganz, äh, spontan eben. Ja, und das muss ich auch sagen, das erlebe ich tatsächlich so, ähm, im Alltag. Du kannst mit Plänen und Visionen oder Strategie einiges erreichen, ähm, du kannst irgendwelche Ergebnisse schon vorstellen, ja, die du vielleicht erreicht hast, das ist aber nicht immer eindeutig tatsächlich dann das Tun Gottes und das Wirken Gottes. Ja. Und dann merkst du tatsächlich, wenn du, ähm, wenn du Gott suchst und, und manchmal suchst du Gott und er leitet nicht deutlich und du hörst nichts. Aber dann gibt es auch die Momente, wo du tatsächlich das vernehmen kannst, das Heiligen Geist leitet. Und da kommt was ganz anderes bei raus. Also du gehst in eine ganz andere Richtung, als ihr vielleicht Vernunft, Verstand, dein Plan, deine Strategie, deine Vision vorher erzählt hätte. Und dann merkst du aber, krass, hier passieren ganz andere Dinge, die hattest du eigentlich beim, also hättest du in den kühnsten Träumen dir nicht ausmalen können, dass das hätte erreicht werden können. Ja. Das ist dann Hammer, da merkst du tatsächlich, der Heilige Geist hat geführt und geleitet. Absolut. Und dann kommen eben auch die Dinge raus, also da siehst du dann, so sieht das aus, wenn Gott wirkt, ja. Ja, eine, eine Geschichte, die mir jetzt halt eben da auch noch einfällt, die ich denke wichtig ist, ist die Berufung überhaupt von Paulus. Ähm, also nicht zum Glauben, sondern das auch spannend. Ähm, ähm, äh, aber dann wie, wie er von Jesus, ähm, ausgesandt wird. Ja. Ja. Und zwar, ähm, ist das in Apostelgeschichte 13. Paulus war noch auf keiner Missionsreise. Ähm, und dann steht da, ähm, als sie, also es sind jetzt so ein paar, ja, Propheten und Lehrer der Gemeinde, wie es in Vers 1 heißt, ähm, aber Kapitel 13, Vers 2 heißt dann, als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Ähm, das war in Antioch, ja, die Gemeinde, ja. Genau. Und, ja, die machen nichts anderes als dienen, ja, ist ja erstmal Alltag sozusagen in der Gemeinde, ja, sie dienen, ähm, aber sie fasten dann eben auch. Sie nehmen sich dann auch nochmal besondere Zeiten, ja, also fasten, sie essen nicht und dadurch können sie sich vielleicht nochmal stärker auf Gott konzentrieren. Durch Fasten kann man nicht erzwingen, dass Gott jetzt da redet. Ich wollte gerade sagen, du kannst es machen, es passiert nichts. Aber. Genau. Wenn du nicht auf Gottes Geist und seine Weisung überhaupt, ähm, da überhaupt keinen Wert drauf legst, dann kann er eben auch dich nicht leiten und weisen. Genau. Und ich denke, so Zeiten sind für uns eben auch wichtig, dass wir dann einfach auch mal fasten, ähm, Gott, einfach, also einfach mal Dinge reduzieren, ja. Also ich denke jetzt eben auch Essen reduzieren, da haben wir unfassbar viel Zeit, wenn wir plötzlich nicht mehr kochen müssen, nicht mehr, nicht mehr essen müssen, haben wir sehr viel Zeit fürs, äh, Gebet, ähm, und das machen die hier und dann spricht der Heilige Geist. Und ich habe das auch oft erlebt, dass dann nochmal der Heilige Geist in besonderer Weise spricht. Das ist wie gesagt halt eben nicht die Pflicht des Heiligen Geistes dann zu reden. Ähm, was machen sie? Der Heilige Geist spricht und dann fasten sie nochmal und, und beten, ja. Äh, und dann merkt man, krass, die haben wirklich dem Heiligen Geist Raum gegeben in ihrem Leben, äh, die haben drauf gehört, die waren sensibel für den Heiligen Geist, ähm, und waren auch bereit, einfach mal neue, neue Dinge zu machen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das Herausfordernde. Ja. Ja. Spannend. Also so sehen wir einige Arten und Weisen, wie der Heilige Geist wirkt in der Apostelgeschichte. Genau. Gibt immer noch mehr, gibt noch viele einzelne Stellen, aber das war so mal ein Teil von dem, was du rausgearbeitet hast, ähm, wo der Heilige Geist angesprochen wird, wie er wirkt. Wie gesagt, vielleicht gibt's ja auch nochmal eine schriftliche Zusammenfassung, denn wir konnten jetzt nur einen Teil davon angucken. Genau. Schaut einfach in die Beschreibung rein, vielleicht gibt's noch was. Genau. Mal schauen, ob ich das geschafft hab. Ja. Und schreibt auch mal rein, ob euch das gefallen hat, irgendwie so ein, so ein Buch anzugucken im Hinblick auf ein Thema, äh, irgendwo mitzuarbeiten oder ob ihr lieber von uns selbst einfach nur was Gesprochenes hören wollt, wo ihr zuhören dürft. Stimmt. Das ist eine gute Sache, ne? Man könnte auch mal so einen Philippabrief oder so was durchgehen und Besonderheiten aufzeigen oder so. Von daher eine Premiere und wir freuen uns auf euer Feedback. Das war die heutige Wortreich-Folge. Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.